Smart Renewables 2011 Podcast Dr. Götz Linke, Head of Market Regulations, Alpik, Olten, Schweiz Thema des Vortrags Auswirkung der erhöhten Energieeinspeisung von erneuerbaren Energieträgern auf den deutschen und europäischen Regelenergiemarkt Vielen Dank für die einleitenden Worte Ja, in der Tat komme ich aus Ostwestfalen und lebe mittlerweile im Basel-Land und Olten, wo die Firma ist, ist vielleicht nur denjenigen bekannt, die Eisenbahn sammeln da ist nämlich der Schweizer Nullpunkt der Eisenbahn gelegt worden aber nur dazu, ich will jetzt nicht über die Eisenbahn reden, sondern natürlich über die europäische insbesondere die deutsche und davon betroffenen ausländischen Energiemärkte durch die erhöhte Einspeise von erneuerbaren Energieträgern Der Titel ist etwas kompliziert, ich versuche ihn etwas näher zu bringen Jetzt muss ich mal gucken, ob das funktioniert hat Ja, der Vortrag oder die Präsentation, die ich heute halten möchte beginnt damit, dass ich Ihnen mal ein Beispiel nenne, wie sich der erneuerbare Energieausbau in Deutschland sich massiv auch auf die angrenzenden Länder auswirkt zu Deutschland Dazu bringe ich Ihnen gleich ein Beispiel aus der Schweiz kann das aber noch mit ein paar Punkten unterlegen aus anderen Märkten, die zu Deutschland angrenzend sind Dann die große Frage, und das ist ein Riesenthema für Alpik, aber auch letztendlich viele Kraftwerksbetreiber in und außerhalb der Schweiz Wie viel Regelenergie braucht man überhaupt? Dazu haben wir uns intensiv als Firma, aber auch als verschiedenen Energiedienstleister in der Schweiz beschäftigt Dazu gleich mehr Und dann die Frage, alle reden drüber, wie können wir denn eigentlich die erneuerbaren Energieträger in den Regelenergiemarkt einbinden Dazu ein paar Überlegungen Und dann die Frage, Pumpspeicherkraftwerke, wie können die überhaupt eingebracht werden, wenn sie nicht unbedingt in Deutschland sind Also dazu da Dann Ganz klar, Moment Ich habe schon erwähnt, der erneuerbaren Energieausbau in Deutschland hat wirklich grundsätzliche und massive Auswirkungen auch auf die Nachbarländer Ganz aktuell Diskussionen, die wir jetzt mit den belgischen Kollegen führen, also Deutschland mit den Belgiern Dann gibt es die Diskussion, ob die deutsche und österreichische Preiszone aufgespalten wird Weil die Belgier sagen, wie kann das sein, die ganzen Engpässe werden an die deutsch-belgische Grenze, also nicht alle, sondern nur ein Teil der Engpässe gelegt Die Problematik liegt bei euch in Deutschland, ganz stark getriggert durch den Restausbau Wir plädieren für eine Aufspaltung der Preiszone Deutschland-Österreich Das sind Dinge, die ganz aktuell uns betreffen, aber auch in der Schweiz Und jetzt muss ich ganz kurz noch was zu meiner Firma sagen, weil wir produzieren nicht Schokolade, was wir natürlich auch gerne essen Jetzt dauert es eine Sekunde Also wir sind im Schweizer Markt die Nummer 1, vor allen Dingen sind wir bekannt durch unsere Wasserkraft, aber wir sind auch im Atombereich sehr stark Wir sind in 30 Ländern aktiv, also wir sind eigentlich größer außerhalb der Schweiz als innerhalb der Schweiz, das ist ganz wichtig Vor allem im Osten, aber wir bauen jetzt gerade auch sehr stark unsere Aktivitäten in Frankreich, in Spanien, aber auch im Norden Europas aus und wir sind natürlich auch sehr stark im Osteuropa Nur dazu dafür und deswegen interessiert uns auch dieses Thema Erneuerbaren ganz massiv Wir haben etliche Leute eingestellt, die sich mit dem Thema jeden Tag beschäftigen und dazu komme ich auch gleich im Detail Aber es betrifft uns auch ganz konkret heute, Herr Fahrenholt hat es angesprochen, Nortodons, ein großes Pumpspeicherkraftwerk, an dem wir massiv beteiligt sind, also finanziell und nachher auch operativ wird ist in der Planungsphase, wird gebaut, aber auf die Problematiken komme ich jetzt gleich noch im Detail zu sprechen So, ich hatte Ihnen ja schon angekündigt, ein Beispiel mal aus der täglichen Praxis heute, wie wirkt sich der Ausbau der Erneuerbaren auch auf unsere Nachbarn aus Jetzt hier in diesem Beispiel die Schweiz, unser Netzbetreiber Swissgrid, also der Höchstspannungsnetz betreibt, kommt massiv in Bedrohliche, vor allen Dingen bei hohem Windaufkommen im Norden Deutschland Dann kommt es zu Betriebsspannungsstörungen, die entsprechend nachgefahren werden Das haben wir heute aktuell und das löst aus, das steht jetzt nicht auf der Folie, ich erzähle es Ihnen aber, kommt zu erhöglichen Redispatch-Maßnahmen im Schweizer Markt Und diese Redispatch-Kosten, diejenigen, die im Netz arbeiten, wissen das auch aus Deutschland, führt zu höheren Kosten Die Kraftwerksbetreiber möchten sich das natürlich entsprechend bezahlen haben, wenn sie ihr Kraftwerk hoch- oder runterfahren möchten, vor allen Dingen runterfahren Und jetzt führen wir aktuell massive Diskussionen mit unseren Regulierungsbehörden und auch den Ministerien Weil die Redispatch-Kosten auf zwei Millionen Schweizer Franken gedeckelt werden sollen pro Jahr, was wirklich gar nichts ist Vielleicht heute reicht das noch, aber die Ausbauszenarien, die wir jetzt im erneuerbaren und in dem mangelnden Netzausbau sehen Werden diese zwei Millionen Schweizer Franken nicht reichen Wir haben uns auch geweigert, diese Kraftwerksvereinbarung, die jetzt durch Swissgrid bzw. Regulierungsbehörde, die zu unterschreiben Und es wird definitiv zu einer Verfügung, aber auch zu Klagen kommen in dem Bereich Und das hängt unmittelbar mit dem erneuerbaren Energieausbau Diese Problematik, die wir heute haben, die wird sich noch massiv verstärken in den nächsten Jahren Wenn der Netzausbau und gleiche Thematik, haben wir heute auch schon mehrfach und gestern gehört Ich will da auch nicht näher drauf eingehen, wenn der nicht vorangetrieben wird Und in der Schweiz, aber auch in anderen Ländern kommt immer wieder das Thema aus, warum müssen wir gerade ausbauen für Deutschland? Da ist eine riesen Überzeugungsschweige, eine meiner Aufgaben ist, mit der Swissgrid und auch mit den Behörden zu reden Und denen klarzumachen, es geht hier auch um die Versorgungssicherheit der Schweiz Die wird zwar in Teilen getriggert durch Ausbau-Szenarien, die wir in Deutschland haben Aber wir sind letztendlich alle in einem Boot, um die Klimaziele zu erfüllen Das ist aber auch in anderen Ländern, diese Tendenz zu sehen Es gibt zum Beispiel eine ganz interessante Studie von Frontier Economics Ich will jetzt keine Werbung machen für Frontier, sondern zum Ausbau Oder wie viel kann das niederländische Netz eigentlich noch abfangen? Entschuldigung Und ob man in der Studie glaubt oder nicht, das ist egal Aber die Problematiken werden da relativ klar auch nochmal aufgeführt Und das ist das gleiche Thema in der Schweiz, aber auch in Polen Wir hören das von unseren polnischen Kollegen, ist das das gleiche Problem So, der Regelenergiebenarf, worüber ich jetzt konkret reden darf In der Zukunft interessiert uns als Alpik ganz besonders Weil wir sehr viele Flexibilitäten liefern können und auch wollen Aber die Frage ist, wie viel brauchen wir denn eigentlich für die Zukunft? Und da kommen wir gleich zum ersten Problem Nämlich die Ausbau-Szenarien Wir haben zwar gehört, wie sie sein sollen Wir haben hier uns mal konkret die Länder angeguckt Die für uns ganz aktuell betroffen sind Als Beispiel Die Klimaziele wollen oder sollen erfüllt werden Aber wir kommen doch auf einen holprigen Pfad Das haben wir gestern und heute auch schon mehrfach gehört Als konkretes Beispiel Die französische Regierung hat letzte Woche entschieden Für die Photovoltaikanlage die Förderung einzustellen Nicht einzustellen, aber zu deckeln Und das ist natürlich eine sehr interessante Entwicklung Auf der einen Seite Auf der anderen Seite macht die unsere Arbeit wieder schwierig Weil wenn von heute auf morgen man sich mal überlegt Okay, wir haben kein Geld mehr, um die Photovoltaik zu unterstützen Wir planen auf solchen Szenarien natürlich auch den Kraftwerkausbau Und der kann nicht von heute auf morgen einfach geändert werden Also das Ausbauszenarien stellt uns vor Ob die nun erfüllt werden, auch vor großen Herausforderungen So, dann kommen wir zu dem sogenannten Glaskugel-Effekt Nämlich die Prognose in Klammern Ungenauigkeit Also wir beschäftigen allein bei Alpic Trading Die denen auch die Asset-Bewirtschaftung macht Also die Betreibung der Kraftwerke Acht Leute mit der Frage Genau auszurechnen, wie sieht denn jetzt die Wind- und Photovoltaik-Einspeisung aus Das ist für eine kleine Firma von 10.000 Mitarbeit echt viele Leute Und wir haben natürlich auch die entsprechenden Dienstleister beauftragt Die so gängig sind, um uns dabei zu helfen Und wir treffen halt, wie alle Marktteilnehmer, auf erhebliche Probleme dabei Das Problem ist auf die TSOs Beziehungsweise auf die Verteilnetzbetreiber geschoben worden Und wir sehen schon massive Abweichungen in 2010 Die Abweichungen sind immer in Gelb Die Grafiken, wer die nochmal konkreter haben will Kann mich gerne kontaktieren Wir haben da riesen Studien zu gemacht Aber ich wollte Sie auch nicht die ganze Zeit mit solchen Grafiken langweilen Aber sie sind für uns von der täglichen Bedeutung extrem wichtig Auch für die Kraftwerksplanung und den Handelseinsatz Also ich spreche jetzt nicht vom spekulativen Handel Sondern wirklich des Assets-Handels Und wir sprechen hier von Abweichungen im Wind Sie sehen es, plus minus 7.000 MW Das ist schon eine Menge Im Photovoltaik plus und plus 3.000 und minus 4.500 Nur in dem Zeitraum Juli bis Oktober 2010 Und diese Prognosegnauigkeit stellt uns halt wirklich vor große Herausforderungen Gerade auch im Handel, wenn man von auswärts Flexibilität liefern möchte Ich hoffe, das funktioniert So, jetzt haben wir uns mit der Frage intensiv beschäftigt Wie viel Regelenergie betrafen wir denn? Das heißt nämlich für uns Wie und wo können wir Flexibilitäten bauen Und dann entsprechend auch zum Einsatz bringen Und da haben wir unter anderem die Firma Consentec mit beauftragt Mit einer intensiven Studie Und verschiedene Szenarien Einmal die Basis Die EU-Ziele werden knapp erreicht Das ist sozusagen das Erste Dann low, die Ziele werden verfehlt Und teilweise werden teilweise übertroffen Ich will jetzt gar nicht in Detail hier eingehen Aber Sie sehen, es sind schon enorme Abweichungen Zwischen den einzelnen Szenarien Und das fängt natürlich wieder mit den Ausbauszenarien zusammen Und das wiederum hat Auswirkungen auf den Ausbau unserer flexiblen Kraftwerke Und wenn man sieht, wenn die Prognosegenauigkeit nicht gestärkt wird Und wirklich wesentlich verbessert wird Dann wird der Regelenergiebedarf um den Faktor 3 steigen Das kommt im Moment von Fraunhofer, diese Analyse Und wir haben über die Problematik des Netzes gehört Das wird niemals klappen Wenn wir in diesem Bereich nicht massiv arbeiten Und diese Photovoltaik Wir haben es heute mehrfach schon gehört Wenn in dieser Analyse ist die noch Meinerseits etwas stiefmütterlich behandelt Weil man noch gar nicht genau weiß, wie viel überhaupt kommt So, dann gibt es natürlich auch noch andere Faktoren Die auch Auswirkungen auf den Regelenergiemarktbedarf haben Einmal die Transparenz Darüber habe ich teilweise schon geredet Das ist der linke Block Der Zeitverzug mit der Veröffentlichung der Daten Zwar machen das die TSOs Aber die sind natürlich Oder DSOs ist jetzt in dem Fall die bessere Bezeichnung Die ist teilweise wirklich so mangelhaft Und vor allen Dingen Jetzt gucken wir wieder auf die europäische Schiene Sie ist nicht standardisiert Also wir haben gerade über einen Heimlerverband Eine Initiative gestartet Bezüglich NZOE Das ist der Dachverband aller europäischen Netzbetreiber Gerade diese Standardisierung Bei der Veröffentlichung der Daten Der vertikalen Lastdaten Die getriggert werden natürlich durch Photovoltaik und Wind Zu verbessern Und da sagen die uns auch Sie arbeiten dran Aber so einfach ist das gar nicht möglich Weil die technischen Begebenheiten einfach noch gar nicht da sind Das alles zu messen Und dann auch entsprechend zu aggregieren Und weiterzugeben Dann ein Lieblingsthema Vielleicht mache ich mir auch heute wieder Feinde Aber ich sollte ja auch ein bisschen provokativ hier sein Damit wir noch ein paar frei Sind einmal die Rolle der TSO und die Frage von negativen Preisen Um die TSO aus unserer Sicht ist es falsch Diesen Vermarktungszwang bei den TSO für die Erneuerbaren anzusiedeln Aus unserer Sicht der TSO zur Netzsicherheit und zur Netzbetrieb Und kann nicht in diese Rolle reingedrängt werden Den Vermarktungszwang Das war vielleicht bei Einführung des EEGs vielleicht sinnvoll Aber jetzt bei diesen gigantischen Mengen Wir haben heute die Zahlen gehört Ist das aus unserer Sicht nicht sinnvoll Negative Preise war heftigst in der Diskussion im letzten Jahr Anfang dieses Jahres am 2. Januar Ganz konkret gesagt haben wir wieder negative Preise gesehen Das sehen Sie hier unten Die Kurve geht nach unten Und was ganz interessant bei dieser Betrachtung ist Herr Farnold und andere haben es erwähnt Nuklear, aber auch Kohle und Steinkohle haben runtergefahren Die haben reagiert auf diese erhöhte Einspeisung von Wind In Klammern Photovoltaik war an dem Tag nicht da glaube ich Am 2. Januar, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau Aber das war interessant Dass das Kraftwerksverhalten Oder die Fahrweise der Kraftwerke sich angepasst hat Auf diese erhöhte Ansprache Deswegen haben wir auch diese negative Preise Nicht in der Höhe erfahren Wie wir es zum Beispiel im letzten Jahr gesehen haben Zeigt, dass die Energiewirtschaft sich darauf einstellt Auf diese Fahrweise Aber diese Prognose Ungenauigkeit Und das ist letztendlich auch die Frage Der Pumpspeicher Auf die ich nachher noch im Detail eingehen möchte Eine große Rolle spielen So, alle reden drüber Änderung der EEG-Führung Einbindung von erneuerbaren Energieträgern Sozusagen in den Regelenergiemarkt Ich war persönlich gestern überrascht Aber vielleicht bin ich auch zu selten in Berlin Um sowas zu erfahren Dass Frau Nestle von den Grünen selbst gesagt hat Die Erneuerbaren sind in den Regelenergiemarkt einzubinden Punkt So habe ich sie verstanden Aber wenn das jemand anders verstanden hat Möchte ich gerne belehrt werden Das war für mich persönlich eine große Überraschung Aber wie gesagt Vielleicht bin ich auch zu wenig in Deutschland Um das mitzugereicht Für uns Und das haben wir in dieser Studie von Consentec Und wer die gerne haben möchte Kann mir gerne eine E-Mail schreiben Am Ende dieses Vortrags Die sind ja im Übrigen auf diesem Stick enthalten Haben wir uns mal diese verschiedenen Alternativen Welche Schritte sollten jetzt eigentlich gegangen werden Um die EEG-Mengen Quatsch Den EEG-Fördermechanismus gegebenenfalls anzupassen Aus unserer Sicht müsste als erstens Eine Verbesserung der EEG-Vermarktung Auf Basis der festen Einspeisungsvergütung Fest heißt feste Einspeisungsvergütung Erster Schritt Das wäre aus unserer Sicht relativ zeitnah Da geht es um die Prognose, Genauigkeit und so weiter Dann die zweite Lösung Eine Übergangsregelung Das sind diese Marktprämie-Optionen Das ist im Detail ausgebildet Ich will mich jetzt gar nicht auf das eine oder andere Modell festlegen Aber aus unserer Sicht ist das der richtige Weg Und als drittes Und darauf will ich zwei Worte verlieren Ist letztlich eine Abkehrung von der Fest für Neuanlagen Und das muss unserer Sachen europaweit passieren Weil da haben wir auch eine sehr interessante Übersicht Die habe ich jetzt nicht mitgebracht Aber letztendlich jedes Land irgendein anderer Fördermechanismus Und das bringt enorme Probleme Also wir zum Beispiel in der Schweiz Ist auch im Anhang in dieser Präsentation Haben eine Deckelung Die ist festgelegt Ein gewisser Millionenbetrag Und darauf kann dann Erneuerbaren gebaut werden Und wenn das Geld alle ist, ist halt alle Und ist halt nicht Ich sage mal unbegrenzt finanzielle Mittel vorhanden Ob das nun vernünftig ist oder nicht Will ich nicht weiter diskutieren Aber aus unserer Sicht muss eine Harmonisierung hier beigeführt Das ist vielleicht ein irrsitziges Ziel Aber ich glaube, wenn man für diese Reformierung So wie wir das in der europäischen Energiewirtschaft haben möchten Mit den Klimazielen, die wir wünschen Brauchen wir das Das ist unsere Vorstellung Hier haben wir mal Und das will ich jetzt nicht weiter Da könnte ich alleine wahrscheinlich den ganzen Tag drüber reden Wie könnte so eine Einbindung von Regelenergie In den Erneuerbaren stattfinden Aus unserer Sicht muss vor allen Dingen Der Intraday-Markt mit entsprechenden Produktalternativen Sich verbessern Und da in dem Bereich sehen wir Handlungsmöglichkeiten Also die haben wir auch schon detailliert ausformuliert Um da auch jetzt sozusagen in den Markt vorzudrängen So, jetzt haben wir schon über Pumpspeicher relativ viel gehört Hier sehen wir zum Beispiel mal so einen Pumpspeicher Das ist jetzt im Winter, wo es ein bisschen gefroren hat Und wir können natürlich flexibilitätlich sein Aber wir können nicht das ganze deutsche Problem lösen Das ist klar Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen Marketing-Slogan Wir können wirklich einen Beitrag, es ist eine Säule Und hier ist das mal so dargestellt Je nachdem, ob es so ein Winter oder Sommer ist Das kann man, können unsere Pumpspeicher Das sind nicht letztendlich nur unsere Das sind auch die Norweger Das Problem mit der Anbindung haben wir natürlich auch gehört Das gleiche Problem werde ich gleich für die Schweiz auch nochmal erwähnen Aber auch die österreichischen Kollegen und so weiter Können das natürlich auch nicht Das ist jetzt nicht nur ein Alpik-Phänomen Und wir können die Welt retten Das können wir definitiv nicht Es ist energiewirtschaftlich sinnvoll Unter den Ausbausszenarien, die wir sehen Und so, wie man sich die Welt von morgen vorstellt Ich habe jetzt mal mehrere Beispiele mitgebracht Ich werde gleich mal, das ist ein bisschen einfacher Weil die Zeit drängt Produktion und Verbrauch in Deutschland im Winter von 2020 Das sind so Simulationen, die wir durchführen Um zu sagen, rechnet sich eigentlich So ein Pumpspeicherkraftwerk für uns Damit müssen wir an den Verwaltungsrat Oder Aufsichtsrat heißt das hier in Deutschland Und dann natürlich auch an die Banken herantreten Um solche Projekte zu finanzieren Deutschland exportiert im Off-Peak Also dann, wenn nicht Strom derartig gebraucht Alle gehen zur Arbeit Und in dem Moment nutzt diese überschüssige Energie Wenn sie dann da ist, die Schweiz Um die Pumpspeicher dann halt entsprechend zu füllen Und in den Mittags- und Abendszeiten Wird diese Energie dann halt entsprechend abgegeben Also diejenigen, die sich damit mehr beschäftigen Für die ist das jetzt alter Kaffee Aber das ist jetzt mal ein Beispiel Und dann gibt es natürlich auch Grenzen des Windausbaus Also wenn wir mehr Wind Also letztendlich haben wir zu viel Produktion Das ist ja der Fall mit negativen Preisen Als Beispiel Es sind einfach zu viel Wind Und zu viel konventionelle Kraftwerke Im Netz Und in dem Moment können wir nicht nur CO2 einsparen Also dass im Grunde die Kraftwerke runtergefahren sind Sondern wir nehmen diese überschüssige Energie dann auf Aber Jetzt kommen wir schon langsam zum Ende Es gibt ja Grenzen Wir haben über Netzausbau schon viel gehört Und Netzausbau spreche jetzt nicht nur von Deutschland Eigentlich gar nicht Der Netzausbau betrifft nicht nur Deutschland Im Gegenteil Wir sprechen auch von anderen Ländern Um auf die Schweiz konkret Bezug zu nehmen Die führen gerade die Anreizregulierung Das denken viele Oh Gott, die fangen jetzt erst damit an Vielleicht ist das auch ein Vorteil, dass die jetzt erst damit anfangen Weil man jetzt in die Einpreisung Und bei der Festlegung der einzelnen Erlös-Obergrenzen Jetzt mit den Regulierungsbehörden Oder der Regulierungsbehörde darüber diskutieren Wie viel Netzausbau brauchen wir eigentlich Und das ist schwierig Das ist sehr, sehr schwierig Weil die Tendenz ist Das müsste ja zu einer Tarifanhebung führen Und man will keine steigenden Energiepreise in der Schweiz Wie überall Das ist also nicht nur ein deutsches Phänomen Und das ist ein großes Problem Und wenn dieses Problem nicht gelöst wird Können wir unsere Pumpenspeicher Dann sehen die zwar schön aus von Bildern Aber wir können sie definitiv nicht so einsetzen Wie sich vorgestellt wird Auch Und deswegen Insofern möchte ich Ein bisschen dem Vertreter Der Bundeswirtschaftsministerium widersprechen Es kann nicht nur eine reine deutsche Betrachtung sein Bei der Ausbau der Erneuerung Es muss eine europäische Betrachtung sein Es geht gar nicht Bei der Erfüllung dieser Ziele Deswegen muss man die Flexibilitäten Und auch den Kraftwerksausbau Der in den benachbarten Ländern ist Auch zum Einsatz bringen Das ist aus unserer Sicht eine klare Prämisse Und was ganz, ganz wichtig ist Und ich sehe das als wirklich drohendes Schwert über uns hängen Ist die Aufsplittung der Märkte Durch sogenannte Preiszonen Und das ist ganz aktuell die Diskussion geführt Wir haben es heute von dem Vertreter Auch von Vattenfall gehört Die DSU-Netze, wie die geplant sind Und auch, dass die deutsche Wiedervereinigung zumindest im Netzbereich Auch noch nicht teilweise geklappt ist Und wenn diese Engpass-Situation im Netz Was nicht wirklich langfristig Oder kurzfristig jetzt behoben wird Wird es zu einer Aufspaltung der Märkte kommen Letztendlich der EU-Integrationsgedanke Ist hier völlig in der Gefährdung Und dann als letztes Anpassung der Marktregel Und das betrifft vor allen Dingen Die Regelenergie, Produktmärkte und so weiter Das ist in dieser Studie, die wir da erstellt haben Auch erwähnt So, ich komme zum Ende Ich hoffe, ich bin zeitig noch im Lot Das sind im Übrigen Kollegen Von der Swissgrid Die sogenannte Steiger Die auf die Berge klettern Der Job sieht da ziemlich interessant aus Aber die gehen bei Wind und Wetter auf die Berge Und gucken, ob die Höchstspannungsnetze Noch in Ordnung sind Nur als kleine Erklärung für das Bild Wir meinen, dass die Reformierung des EEGs Was ja jetzt angetriggert ist Nach transparenten und marktbasierten Regeln Im ersten Schritt erfolgen muss Dann muss man über die weiteren Schritte Einführung, Marktprämie, Quoten und so weiter Denken und dann langfristig Müsste man unser Erachtens Die Regierung sich dran machen Mit den anderen Ländern Eine Harmonisierung herbeizuführen Das wird zwar überall erwähnt Aber ich glaube, es ist wirklich Zeit dazu Von Frau Nestler haben wir schon gehört Regelenergie, Markt, Einbindung der Erneuerbaren Ist möglich Und Pumpspeicherkraftwerke können eine Säule bilden Aber ist nicht das Allheilmittel Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Weitere Informationen und Podcasts Unter www.bdew.de www.bdew.de Untertitelung. BR 2018